Staatlichen Medienberichten zufolge stürzte ein achtstöckiges Gebäude in der Nähe von Dhaka ein, bei dem mehr als 70 Menschen ums Leben kamen. Etwa 400 Tote, Hunderte werden noch vermisst. Fabrikarbeiter in Bangladesch zahlen den hohen Preis billiger Kleidung. Das ist eine Geschichte über Kleidung. Über die Kleidung, die wir tragen, über die Menschen, die diese Kleidung herstellen und über die Auswirkungen, die das alles auf unseren Planeten hat. Wir kommunizieren unsere Identität über unsere Kleidung. In der Mode entwickelte sich eine Art Modenschau-System mit den vier Jahreszeiten. Doch heute kann man das getrost aus dem Fenster werfen. Die Preise sind gefeiert, doch die Herstellungsweise hat sich völlig verändert. Und irgendwann fragt man sich, wo hört das alles auf? Wir dürfen Land nicht als eine Ware ansehen, sondern als die Lebensgrundlage von uns allen. Wir müssen alle Verbraucher in Aktivisten verwandeln. Sie müssen für sich sagen, dass es inakzeptabel ist, wenn jemand an seinem Arbeitsplatz sterben muss. Wir dürfen jetztein, dass wir mit meinem Rahmen ansehen müssen. Wir müssen jetzt erלל Menettensch uh mit deinem Bildung. Wenn wir sie ver survarten, der Server zurückzufangen好了. Wir müssen uns einfach sein. Untertitelung des ZDF, 2020